Hm. Nee, nicht wirklich. Boah. Warten, warten. Na, du kannst mit dem Speer eh nicht da aufrichten. Von den Gewischen, ja. Ah, da. Ja, das will ich ja jetzt machen, indem ich ihn dabei noch angreife. Aber irgendwie will er nicht treffen gerade. Ja, er war gut im Ausweichen. Na, ich hab ein Level erreicht. Was war das jetzt? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja. Na, hier speichern. Ja, das heißt immer, was kommt als nächstes? Wir müssen wieder einen Drachen töten. Ja. Wie viele meiner Drachen sind hier drin? Ja, na. Ja, das ist ein, äh... ...zulüftendes Geheimnis. Sind es vielleicht vier Drachen, weil es vier Jahreszeiten gibt? Das ist ja eigentlich der vier Jahreszeitenwald. Das ist der Mannerwald. Ja, das war ja auch so ein Überhauptpunkt, dass ich den Leuten nachdenke. Ja. Ja. Es könnte ja sein, dass es, äh, sieben Drachen gibt. Für die Mannerchrist, äh, Mannerzahn. Genau. Ja, der will ich aber richtig gut geweben. Du solltest dich mal heilen. Ja, ich heile dich alle. Gibt's noch mal ein Energieschild, ne? Ja. Ja, besser jetzt. Aber als es weitergeht, bin ich ja gleich Level 99 schon. Ich werd nicht verkehrt in unsere Zauber an Level 99, ja. Boah. Was will ich direkt auch mal? Oh. Halt. Oh. Oh. Einen Helm. Nee, Honig. Na ja. Wesen was zum Aufladen. Kann man ja auch nicht in die Uhr auf. Oh. 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 Was denn? Ja, mach du mal. Okay. Können sie sich was aussuchen. Ja, der sollte jetzt aber auch gleich down gehen. Ja, da ist sie schon hinüber. Die hier sind echt keine Hürde mehr für uns, die Bossgegner. Nee. Ja, gut. Es sind halt immer welche, die du mit irgendeinem Billigzauber, den du schon anfangs hin hast, platt machen kannst, ja? Ja. So, da kriege ich mir direkt nochmal so ein Siro. Jetzt haben sie gerade im Supermarkt eine neue Sorte Hanuta, die ist auch total geil. Ne neue Sorte Hanuta? Ja, das hat es vorher noch nie gegeben. Das Hanuta, nach einer Sorte gibt es als Hanuta, ne? Das ist jetzt nämlich das gelb verpackte Crunchy Hanuta. Crunchy Hanuta? Ja, da sind dann anstatt Nüsse, äh, Flakes drin. Anstatt Nüsse sind Eier drin. Ja. Für ganze Kerle. Ja. Anstatt Nüsse sind Eier drin und auch schön. Rittersport mit extra viel Eisen. Ja. Ja, wir haben immer früher gesagt, das bauen sie mit ganzen Nüssen, ne? Jo. Ah, Misty. Alter, das hat jetzt so gut, wir haben jetzt hier so einen selten Ring gekriegt. Jetzt müssen wir uns doch eigentlich noch mal irgendwas geben. Wesentlich den Gryphon-Helmet. Den Gryphon-Helm? Ja, genau, natürlich, auf Deutsch, Gryphon-Helm, äh, Greifen-Helm. Greifen-Helm. Von, äh, vom Krenfuß kriegt man den. Eigentlich ist das, was man hier in dem Vulkan am schnellsten kriegt. Okay. Von dem Krenfuß-Lornhaube kriegt man auch ziemlich viel. Ich bin nicht, dass wir doch nicht einmal gekriegt haben. Aber vielleicht will diese hohe Winde uns noch rein. Ich bin nicht, dass wir doch nicht zaubern können. Maybe. Aber die haben dann auch nicht gedacht, wenn du nicht zaubern kannst. Yeah. Schön mal daneben geschlagen. Entschuldigung. Müsst du nicht so lange von meinem Mana-Baum ankommen? Nee, noch nicht. Oh. Oh. Ihr Penner, ihr dürft hier keinen töten. Ja, nicht mehr genug. Hm. Voll der Eckenflieger. Oh, ich werde zu langsam müde. Also wird es halt, dass ich, äh, dass das hier beenden. Was? Ich, hier die Aufnahme. Boah, ich weiß nicht. Ich verfalle gerade in einen trancenartigen Zustand irgendwie. Das liegt daran, dass ich noch nicht viel geschlafen habe. Auch wenn ich mal die Nacht gepennt habe. Ich habe gleich zwei oder drei Stunden geschlafen. Boah, super. Ja, weiß ja, wer nachts ein bisschen schläft, der tagt lieber dann auch fit. Ja, nur ich bin... Das ist mein Körper nicht gewohnt. Nach knapp über einem halben Jahr Nachtschicht. Du versaust mir die Suppe hier nicht, du Pisskerl, du. Ja, dann müssen wir enden, dass nach dem Sonnermotan... Oder trink doch zwischendurch mal was, dann müssen wir auch wieder wach. Naja, nee. Ich habe nichts hier. Ja, wir könnten ja sonst noch mal den Spielstand versuchen zu laden. Wenn der Kurzkunden was gekonnt hat. Spielstand, also? Wenn ich nicht hier früh geschickt habe. Achso, ja, das können wir gleich direkt noch machen. Das ist kein Ding. Spielstand, also? Spielstand, also? Spielstand, also? Spielstand, auch wenn wir da eigentlich nicht mehr machen. Jo! Direkt gegrillt. Ja, liebe Spiele, also ich fand, äh, die Levitin hast du ja immer sehr geil. Oh, hütte, fuck. Absolut besten gemacht, das ist definitiv. Und jetzt fuckt es nur noch ab. Ja, also es ist eigentlich nur zwei von den Gegnern ab. Ja, das stimmt. Oh, und sieht der Gegner da. Oh, da hast du mal schön zugeleitet. Jo, mach ich dir schön dick in die Menge rein. Also Level 60 erreiche ich heute auf jeden Fall noch. Oh, ich bekomme ja noch zwei Gegner. Oh, er muss gleich hochlaufen, ey, warte. Hab ich da jetzt gerade nicht besser gefunden? Oh, er hatte noch kein Energieschild, er hat es immer so besser. Oh, er hat sogar mal so einen Gegner besperrt. Ja, und jetzt bin ich tot. Ne, ich hab's überlebt. Ja, genau, weiß ich, dass ich das jetzt nicht besser hätte. Ja, genau, weiß ich, dass ich das jetzt nicht besser hätte. Und keiner von diesen verpimmelten Gegnern gibt dir meine zu, das kotzst du nicht an. Also ich will ja nicht meckern, wir haben ja wesentlich mehr mal einen Super-Ultra-Seltenen gekriegt, aber... Das. Kann man ruhig mal noch mal eine geben? Ja, stimmt. Boah, das ist ja unerträglich gerade. Sonst kabel dich doch kurz ab. Ne, ne. Trink was hier, dass du nicht nur alleine spielen. Ach, was. Überlebt denn dein Publikum das, wenn du andauernd müde wirst beim Spielen? Ich werde ja nicht andauernd müde beim Spielen. Nur wenn du mit mir spielst, was? Nee, ähm... Keine Ahnung, ich bin einfach hundermüde. Weiß nicht warum. Mensch, ich hab zwei Tage frei, das muss ich ausnutzen. Ja, sieht kalt und hört das genauso aus wie ich, ne? Anstatt zu schlafen, äh... Bisschen Wache ohne Ende quasi. Ja. Windel... Machst du kalt. die 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 Ja, ich kann mir keinen Pferd stellen. Ja, das ist natürlich dann blöd, das stimmt. Ja, danke schön, du Pisspilz, du. Oh, so ein Schwanzlutscher. Ja, hör auf. Jo. Ja. Und da wollte er gerade auch noch einspielen, der Penner so, Alter. Boah, da hat es gesehen, wie er sich abgewertet hat. So. Das hast du davon. Vieler Energie schämen. So, komm, was du sagen. Oh, Boss, geh ich nah. Ach, ein alter Freund. In neuer Farbe. So. Ja. Okay. So. So. Das wird ein nerviger Kampf. Ja, ja. Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Ja, einfach drauf, nicht überlegen. Ja, geil. Ja. 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 Ja, ich glaube nach dem Boss müssen wir mal ein Päuschen anlegen, dass wir uns dann da mal gucken, da ein Speicher stand. Richtig. Ja, komm, ich will dir mit meiner King auf die Fresse hauen. Oh, voll in die Eier. Ja, so ist es richtig. Schön sein Ding abgeschnitten. Sein Bart natürlich. Ja. Ja. Und ein Schwertorb. Ja, episch. Dafür, dass ich quasi den Himmel abgeschnitten habe. Ja, ja. Benutze ich jetzt als Orb. Muss der mal direkt fertig machen für uns. Ja. 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 Super. Sehr schön, sehr schön. Ah, jetzt... Was, lass mich speichern. Ach so, ja. Wie siegt den Drachen links vom Wald, um das dort zu passieren? nicht mehr sprechen, aber natürlich. So, zack. Ja, lieber. Dann sprich mal deine weisen Worte. Ja, Leute, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal, dann werden wir hier in diesem Wald weitermachen. Tut mir leid, meine Müdigkeit ist ein bisschen zu krass gerade, aber das wird beim nächsten Mal dann wieder besser laufen, auf jeden Fall. Wir sind gut rechts vorangekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesen paar Parts jetzt und ja, haltet immer schön die Hände über der Bettdecke und die Abschlussworte gebühren den guten alten Schöpfer. Ich bedanke mich auch nochmal fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid mit dem Fall wieder dabei und ihr mögt meine Stimme jetzt ein wenig lieber und nicht mehr verzerrt und echohaft. Also, bis zum nächsten Mal.